Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Spider-Man 2, Freunde. Und ja, ich bin hier natürlich auch am Start. Mein Name ist Melek und falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst gerne ein Abo da, denn dieses Game ist unfassbar fantastisch. Und ich lade nicht nur natürlich irgendwelche Spider-Man-Videos hoch, sondern auch ganz viele andere LPs, falls ihr natürlich sehr, sehr neugierig seid. Und das ist unser Kollege, der Rami-Suit Spider-Man, der beste Spider-Man, den es eigentlich gibt. Also, ich muss auch sagen, das ist der geilste. Das ist der allergeilste Skin ever. Das Game sieht unfassbar geil aus. Guckt euch das mal an. Echt. Wer hätte gedacht, dass wir so eine geile, dass wir das Game so krass miterleben würden. Ich hätte nie gedacht, dass das der Fall sein würde, Freunde. Ehrlich nicht. Guckt mal an, wie geil der aussieht. Erzählt, was ihr wollt. Wartet mal, Leute. Machen die Cam weg. Guckt mal, wie geil. Guckt mal, wie geil, ehrlich. Mega geil. Hammer. Okay, da hinten ist, glaube ich, irgendein Auftrag für uns. Da wollen wir mal rüber. Liebend gerne. Was ist denn hier los? Wir wollten sich irgendwie Döner holen oder so. Aber der Dönerladen ist ganz woanders. Oha. Habt ihr gesehen, was mit dem passiert ist? Digga. So, weg mit den Waffen. Geil. Oha, sind die schwach. Mann, sind die schwach. Autsch. Autsch. Geil. Geil, echt. Das ist so geil, das ist so witzig, ne? Nein. Nein, 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 nein. Dich hab ich einmal schön dran. So, weg mit der Waffe. Dich auch nochmal dran. Bitteschön. Haben wir schon zwei dran. So, jetzt machen wir hier noch drei. So, viel zu dir. Aber bitte alle guten Dinge sind drei. So, bitteschön. So. Autsch. So, einmal bitte hier. Zack. Bitteschön. Dich auch noch. Zack. So. So. Der Däuser vier. Yeah, nice. So läuft's. Einmal hier alle ein bisschen trainieren und so, wisst ihr. Das ist ein bisschen wichtig und so, Leute. Müsst ihr immer ein bisschen dran denken, ne? Ja, immer ein bisschen dran denken. Es so zu fördern. Richtig geil, ehrlich. Hammer. Ja, Freunde. Deswegen liebe ich dieses Spiel, um ehrlich zu sein. Und ich wollte mit euch hier mal ein bisschen gucken, was man hier so machen kann. Hier habe ich nie so wirklich geguckt, ne? Ey, guck mal hier. Was kann man denn hier machen? Was ist denn hier? Gute Idee. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist das eine sehr, sehr gute Idee. Würde ich jetzt mal hier an der Stelle behaupten. Was ist denn hier? Du willst was über Black Hat wissen? Tja, diesem Profil zufolge heißt sie in Wirklichkeit Felicia Hardy. Sie ist abenteuerlustig und eine gute Kämpferin. Oh, und sie steht auf Männer in Strumpfhosen. Den Rest überlasse ich deiner Fantasie. Aha, gut zu wissen. Krass, was ist das für ein Park? Also in diesem Park kenne ich mich tatsächlich nicht gut aus. Offen und ehrlich gestanden. In diesem Park kenne ich mich nicht so gut aus. Mega, krass, geil, ehrlich. Mega. Yeah, Leute, let's go. Hier unten. Alter, hier haben wir nie Aufträge oder so. Hier haben wir doch gegen den Doc Ock gekämpft. Erinnert ihr euch vielleicht noch daran? Falls nicht, guckt unbedingt die Folgen euch an. Stimmt was nicht? Die Spidey-Folgen, Leute. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nein. Nein. Nein, nicht diese Penner. Oh, nee. Das sind drei Stück auch noch. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Sogar Leck. Leck inklusive. Ja, ey, sicher, ey. Jo, jo, ist klar. So, warte mal, Leute. Jo, ist klar. Ja, los, greif dich an. Oha. Oha. Wollen wir jetzt einmal hier? Na los, greif mich an. Alter, sind die dumm. Ohne Scheiß jetzt. Die greifen einfach ihren Freund an. Alter, seid ihr dumm. Jawohl. Jetzt kommt der Teil, wo du umwürst. So, jetzt schnell hier rüber. Hier ist auch noch was, Leute. Hallöchen. Keine Sorge. Ich hab euch nicht übersehen oder so. Also offen und ehrlich gestanden, ne? Diese Map oder dieser Ort verändere dich doch mal beruflich. Oh, danke, Spider-Man. Kein Problem. Dieser Ort ist der Ort, der ziemlich, ja, wie soll ich's beschreiben? Unsicher ist. Und Leute, wisst ihr, was ich vorhabe auch in dieser Folge? Also komm. Ich will jetzt einmal gucken, ob hier die... Ne, das machen wir in der nächsten Folge vielleicht. Ich will mal gucken, ob hier irgendwo die Eisenbahn ist oder so. Boah. Hier, also hier, also an diesen, an diesen Ort erinnere ich mich richtig gut dran. Wisst ihr warum? Wegen Doc Ock, Leute. Hier war was. Hier war was. Hier haben wir irgendwas gemacht. Ich weiß aber nicht mehr was. Hier haben wir Doc Ock verfolgt. Wie krass das war. Hä? Die machen Werbung für Burger King. Wie geil ist das denn? Krass. Hier ist einfach Burger King, Leute. Ey, mega geil. Geil, ehrlich. Richtig cool. Okay. Und ich würde sagen, ich beende dann hier die Episode. Vielen, vielen Dank, dass ihr wie immer mitgeschaut habt. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, dann solltet ihr das nicht vergessen. Und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018